Überraschende Wende. Horst Heldt wird nicht zum VfL Wolfsburg wechseln und bleibt Manager bei Hannover 96. Beide Klubs sind sich bei den Ablöseverhandlungen nicht einig geworden, teilten die 96er am Donnerstag mit. Heldt sollte bei den Wölfen laut Medienberichten einen Drei-Jahres-Vertrag bis 2021 unterschreiben und über 2 Millionen Euro verdienen. In Hannover hat Heldt noch Vertrag bis 2020. Dort hatte der 48-Jährige im Frühjahr 2017 die Nachfolge von Martin Bader angetreten und den Verein im vergangenen Jahr zusammen mit Trainer André Breitenreiter in die Bundesliga geführt.